Die Freien Wähler sind gegen das Betreuungsgeld und haben sich auch deutlich dagegen ausgesprochen. Erstens, das Geld ist gar nicht da. Wir reden von drei Milliarden. Zweitens, dann müssen erst die Hausaufgaben gemacht werden. Das heißt, die Erziehungszeiten von Müttern mit Kindern vor 1992, die müssen genauso behandelt werden wie die Mütter, die nach 1992 ein Kind bekommen haben. Und drittens, dann brauche ich erstmal eine qualitativ hochwertige frühkindliche Betreuung und dann reden wir weiter.